Im Casco Viejo wird seit Jahren ununterbrochen renoviert. Die Fassaden müssen alle stehen bleiben. Aber innen wird alles rausgeschränzt. Und in der Strasse stellen Touristen Schlangen. Wenn der Oli im Casco ist, muss er selbstverständlich ein Frischkratzen zu lassen haben. Und die Irene lässt sich auch überzeugen. So ganz trauen sie dieser Sache, glaube ich nicht. Hey, das ist doch die Hortensia. Und die Laura ist auch dabei. Also sofort shoppen. Ja. Hier. 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 Da. Hier. 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 Hier continues. kühlen Trink verdient, bevor wir nach Hause gehen. Kommst du morgen auch mit? Wir fahren Richtung Chiriki. Und zudem bis morgen und tschüss.